Das Hamburger Lebenshilfewerk ist ein Leistungserbringer der Eingliederungshilfe. Die Eingliederungshilfe ist Bestandteil der sozialen Leistungen, die im SGB IX, also in einem Bundesrecht, geregelt ist. Und unser Ziel ist es, Menschen mit Behinderung in ein selbstbestimmtes, eigenständiges Leben zu betreuen, zu begleiten, dahin zu unterstützen. Wir tun das an zwölf Standorten in Hamburg und in Schleswig-Holstein. Wir haben über 300 Klientinnen und Klienten, die wir da hinbringen wollen, in das Ziel der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Und das schaffen wir mit 260 Mitarbeitenden. Bevor wir Scoop Visio haben, kommen die Eingangsrechnungen per Post. Das heißt, die Verarbeitung erfolgt analog. Ich kann es auch von Bearbeitungsmengen hier, weiß ich, wir zahlen zweimal in der Woche. Und dann sind es im Umfang, im Laufumfang her, 60 Rechnungen. Dann sind wir schon gut dabei. Also nachdem, dass wir Scoop Visio genutzt haben, haben die Bearbeitungsgeschwindigkeit, zumindest meine Einschätzung, verdoppelt. Mindestens. Also wir machen jetzt einmal einen Zahlungslauf in der Woche und damit können wir fast erstmal die Mengen abdecken. Wir gucken schon, wo gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, was ist die Alternative. Und ja, ich glaube, die Anwendung müssen wir selber auch weiterbringen.